herzlich willkommen zu einem neuen desandbox video ich zeige euch wie ihr den game maker runterlädt was ihr beachten müsst und wie ihr direkt starten könnt und in desandbox ein spiel erstellen könnt dazu müsst ihr auf die webseite desandbox.game gehen am besten euch mit eurem desandbox account schon einmal anmelden den werden wir später nämlich noch brauchen man kann das ganze ja das ganze tool auch ohne account runterladen dazu geht hier dann wenn ihr auf der webseite seid hier auf den create button und könnt es hier unter download einmal runterladen es gibt eine windows und mac version wir nehmen die windows version die mac version ja die gibt es gerade derzeit nicht mehr da wird noch dran gearbeitet wieder die letzte mac version die schon etwas länger her dann landen wir es hier einmal runter auf download game maker dann haben wir hier eine zip-datei die sich runterlädt die können wir speichern so als nächstes könnt ihr das setup einmal starten dazu einfach doppelklick drauf machen und dann bekommt ihr diese fehlermeldung die kann man ignorieren dass es einfach nur beiseite eine unbekannte app ist hier auf trotzdem ausführen klicken dann seht ihr das setup da klickt auf next dann könnt ihr hier fahrt auswählen wo ihr es installieren wollt das bleibt einfach mal standardmäßig so und dann noch mal next und dann installiert sich das einmal das dauert jetzt ein bisschen so jetzt sind wir in der anmeldemask angekommen vom desandbox game maker hier könnt ihr euren desandbox account eingeben einmal eure e-mail adresse und das passwort wir können hier auch noch einen haken rein machen dass das dann die anmeldeinformation speichert und dann können wir auf klicken jetzt sind wir sozusagen in der oberfläche in der man verschiedene sachen auswählen kann wir haben hier unter my games die option halt ein neues spiel zu erstellen also hier create new experience da gibt es dann verschiedene dinge die man eingehen kann hier den namen und hier hat man noch die möglichkeit erhalt ein film auszuwählen da gibt es verschiedene wie in der sagt vielmals zum wüsten film und hier unten hat man halt die auswahlmöglichkeit der größe des spiels sozusagen also wie groß hat das land ist dem es halt später sein soll das hier ist ein 121 dann gibt es noch mal zwei mal zwei drei mal drei und vier mal vier derzeit sie höchstmögliche auswahlmöglichkeit performance gründe wir haben wir dann auch noch mal die option so zu wählen und so so wie man will halt und dann geht es hier weiter mit den templates hier hat man schon von der sandbox selber angefertigte also zahlen tutorials und dann haben wir noch die gallery hier sind halt alle spiele die von anderen creatern veröffentlicht wurden zur gallery das zeige ich euch auch noch nachher wie es geht und da sehen wir schon wie es hier gibt es einiges bis zu 42 seiten das sind halt auch dinge die wir selbst spielen könnt und ja das ist dann so erstmal vorübergehend das ist so für die entwickler seite gedacht später muss man dann halt sein spiel was was man halt für andere fügbar machen möchte halt auf das land minden heißt man bräuchte auch alle es dazu benötigt und erst dann können andere spieler darauf auch aufgehend starten direkt einmal mit der erstellung eines neuen spiels einfach mal wir können hier auf create new gehen wir gehen hier einfach mal einen namen ein test und wir wählen einfach mal als theme das desert theme aus das wüssten theme und klicken auf create jetzt erstellte erstmal für uns zum basic land also einmal eins da sehen wir das ist die größe so groß ist das und halte weil wir wüssten ausgewählt haben sind sie ist jetzt überall so sand drauf so jetzt zeige ich euch noch so ein paar kleine basics ihr wissen müsst damit ihr auch ein bisschen was machen können mit eurem klein einmal eins was ihr jetzt hier generiert habt dazu gibt es verschiedene optionen ihr könnt als erstes zum beispiel halt was mit blöcken machen dazu können wir hier blöcke auswählen mit wenn man l drückt hat man diese übersicht hier mit allen assets und blöcken die es so gibt und da haben wir hier eine schöne auswahl genau ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt ein paar weniger blöcke und das sind hier sind mehr zur auswahl das liegt daran und kann im sandbox marketplace sich blöcke hinzufügen und die kommen dann dazu das zeige ich euch gleich einmal aber zuvor zeige ich euch erst mal noch was sie alles mit den blöcken machen könnte wir nehmen auch mal dieses cobble stone hier die schönen steine und wir können wenn wir die maus einfach umziehen wir können damit formen machen zum beispiel sowas und wenn wir zur steuerung halten und dann ein block darauf werden und dann ziehen dann replaced ist das mit den blöcken das heißt wenn wir jetzt hier noch mal machen hier noch mal und die blöcke sagen dann sind zu stein gewechselt und wenn wir jetzt mal hinziehen und dann steuerung und shift gleichzeitig drücken und dann die muss nach oben bewegen dann können wir wände nach oben ziehen ungefähr so und wir haben noch hier oben die option verschiedene tools auszuwählen wir haben hier einmal die form eines diamanten das heißt wenn wir jetzt einmal nach oben packen dann sieht das aus wie so eine pyramide und das ja vereinfacht und macht es halt einfach schneller größere dinge zu modellieren da haben wir ja auch noch rüffel man platzieren kann wenn man mehrere sachen auf einmal gleich passiert kann es sein dass es etwas länger dauert bis sie platziert sind daher sollte man darauf achten dass man nicht zu viel auf einmal macht man hat hier noch kugeln kugeln hier noch die sind auch nicht schlecht da kann man so schöne berge machen dann habt ihr natürlich die möglichkeit noch alles zu löschen das könnt ihr der rechten maustaste einfach genauso wieder ziehen und dann ist es weg so ich würde sagen ich zeige euch einmal jetzt auch mal wie man es hinzufügt dazu sehen wir uns auf der das sandbox webseite wieder so jetzt auf der sandbox webseite könnt ihr auf market gehen dort ist dann der nft marketplace oder auch shop ja da könnt ihr euch im prinzip assets kaufen mit cent oder halt auch eben erst mal ja es ist hinzufügen um es dann halt in dem spiel was sie macht platzieren da gibt es hier ganz viele verschiedene assets die man auswählen kann also da gibt es wirklich alles 273 seiten das spricht für sich alles mögliche das sind hier die ersten assets die gemacht wurden und ihr die letzten die erstellt wurden von anderen wir nehmen einfach mal diese schöne ente hier so aber die ente hinzugefügt das sieht man daran dass sie so ein grüner haken ist und jetzt ist es im inventar sozusagen vorhanden man besitzt aber das ist nicht das heißt es ist nur vorübergehend zu sagen zugefügt um halt es im game maker halt zu platzieren wenn man jetzt ist es im game maker noch nicht sieht das liegt daran dass man den game maker erst mal neu starten muss damit er das ist neu laden tut das machen wir jetzt auch einmal und dann können wir das asset einmal im game maker platzieren jetzt sind wir hier wieder auf unserem schönen kleinen land und können jetzt hier indem wir mal nach dieser ente suchen hier oben gibt es so eine suchleiste da haben wir sie haben wir eben erst hinzugefügt und jetzt können wir die ganz einfach platzieren und jetzt haben wir auch die möglichkeit hier oben mit dem kleine und kreisteil mit dem fein das ganze es wird einmal zu rotieren in allen richtungen wie man es halt will und hier oben mit dem fall kann man so verschieben auch in allen richtungen nach links rechts wie man will und mit dem tool kann man mehrere gesagt gleichzeitig auswählen wir haben uns natürlich nur eins aber wenn wir jetzt mal zwei enden hin platzieren würden und dann das hier für das hier benutzen dann können wir die gleichzeitig auswählen und die können wir dann auch gleichzeitig verschieben so jetzt zeige ich euch noch mal zwei drei dinge die ich aber noch mal später in ausführlicheren videos behandeln werde und zwar einmal das quest system was es gibt ja hier kann man das einmal anschalten und halt question zu finden da gibt es eine quest beschreibung und was man halt macht machen muss damit die quest anlockt wird und was man machen muss um die quest zu schließen das behandle ich aber noch mal ausführlicher das ist nämlich kann sehr komplex werden gibt es hier noch so ein willkommen screen den man anschalten kann der zeigt dann halt verschiedene sachen wie so eine kurze beschreibung ein bisschen musik am anfang dann haben wir noch die global parameters das sind sozusagen ja globale einstellungen für den spieler und halt für die umgebung hier kann man zum beispiel starter equipment an und ausschalten und definieren was für ein starter equipment das ist dann kann man hier ein auswählen zum beispiel als ja als hut einfach mal die ente nehmen den kamera winkel anpassen zum beispiel first person oder eine google perspektive und dann noch die option einzustellen wo der spieler wie spunt werden soll zum beispiel so ein checkpoint oder was den spieler instant killed oder blöcke blöcke die damagen hier kann man zum beispiel die sand blöcke eingeben die haben wir noch mal so ein bisschen was die umgebung angeht zum beispiel ein bisschen licht verhältnisse zum beispiel dunkel bisschen desert mäßig also wüsten licht das passt ja zum film auch und so eine musik die ganze zeit abgespielt wird ganz einfach hier anklicken können und dann ist er sagen im spiel drin kommen wir zum letzten teil und das wird einer der wichtigsten sein würde ich mal sagen und zwar wie veröffentliche ich mein spiel dann zu gallery damit man es zum beispiel in anderen spieler testen lassen kann oder ist einfach mal ja andere zugänglich machen müsste und das geht hier oben indem man auf die ja auf das papierflugzeug hier klickt dann kommt hier so ein screen share your experience das bedeutet halt nichts anderes dass man das spiel als share tut und hier kann man dann sein spiel einen namen geben wir können unser irgendwie sowas wie desert nennen und hier unten kann man nochmal eine coole beschreibung einbauen das lassen wir einfach mal so und dann wenn ihr auf share klickt ist es in der galerie hier oben das kann man schnell verwechseln ist noch eine weltkugel das sieht eigentlich genauso aus wie das mit dem papierflugzeug nur der unterschied ist das bedeutet wenn ihr die wenn ihr euer spiel auf euren land veröffentlichen wollt dann kann man das über diese weltkugel machen das future gibt es allerdings derzeit zum stand des videos noch nicht das wird dann für später sein wenn jeder halt ein spiel veröffentlichen kann auf sein land dazu benötigt man dann halt wie gesagt auch die assets die man dann platziert hat gibt noch ein paar sachen zum beispiel man auf das engine klicken würde gibt es hier noch verschiedene einstellungen die man machen kann sagen das ist dann so wirklich das was wenn es darum geht ein spiel auf geht zu kreieren zum beispiel kann man hier verschiedene behaviors eingeben und components das zeige ich euch aber auch nochmal ausführlicher in einem extra video denn das ist ja alles sehr komplex und würde alles nicht in diesem video reinpassen daher würde ich sagen das behandeln wir beim nächsten video bis zum nächsten mal vergisst nicht zu abonnieren und zu liken ich hoffe es hat euch gefallen euer aldo ciao ciao so